So, da sind wir auch schon wieder. Ich hab nachgeschaut, ist noch reichlich Platz auf der Platte. Das ist jetzt hier der... Jetzt kommen wir quasi in den letzten Raum von dem Ganzen. Den vorletzten. Den vorletzten? Ne, dem letzten. Ja gut, das... Aber ich glaub, das letzte ist nur noch... Na, ich weiß es nicht. Hab ich noch was zu essen gefunden, vielleicht? Irgendwas? Ein bisschen. Ne, das ist der letzte Raum. Das gleiche wieder wie vorher, wa? Mit den... oder sowas ähnliches. Boah, ist das... ist ja furchtbar. Ja, kommt rein, hupsch rein. Ja, okay. Da wird kein Weg dran vorbei. Um unseren Triumph mitzuerleben. Nein! Keine ungläubigen Entgegenwahrt unseres Propheten! Na, na, nicht unhöflich sein. Denkt ihr nicht, euer Prophet ist so etwas lächerlichem Gewachsenen? Tötet du die Ungläubigen! Ja, äh... Tötet die Ungläubigen, ne? Warte mal eine Sekunde. Oder zwei Sekunden. Ich muss mal eben was versuchen. Ja, die warten auch. Das ist nett von denen. Was haltet ihr davon? Ich guck mal eben, was die für Fähigkeiten haben. Der ganz linke, toxischer Baron. Heilt Verbündete, entfernt Zustände. In der Mitte vergiftet, ruft Dina herbei und ganz rechts verursacht Schwächung, verursacht Verwundbarkeit, schleudert hoch. Ich würd' ja fast sagen, dass wir zuerst die ganz Linken, den Baron machen, weil der heilt. Dass wir den Heiler wegnehmen, dann die Baronin und dann am Schluss Oratus. Was sagt ihr dazu? Akzeptiert. Ich bin nur am Verkaufen hier noch, wenn ich ein bisschen Platz hab für die, äh... Ja, gut. Tötete Truhe, ne? Ja, ja. Immer dieses materialistische Denken, ey. Ja, ne? Nachher kommt ne dicke Truhe und ich steh da. Hab keinen Koffer, wo ich was reintun kann. Ja. Ja, jede, jede. Sind das die, äh, Kokonspuppen? Schmetterlingspuppen? Bist du so weit? Hast du verkauft oder brauchst du da noch? Nur noch zwei Teile. Und ich hab echt nix zu essen dabei. Mann, Mann, Mann. Kann ich dir irgendwas geben? Na, ist schon in Ordnung, das passt. Ich hatte früher immer so viel, weißt du? Da war ich einfach dran gewöhnt. Ich hab immer was zu essen dabei. Da war der Zulieferbetrieb noch gut, ne? Ja, ich glaub, ich muss mal einkaufen gehen. So, nur aber. Ja, lass uns starten. So, okay, dann auf den Baron. Baron, der Baron, der Baron. Oh, da hast du, du stehst schon wieder in so'n roten Kreis. Baron ist fast down. Komm, komm, komm. Und Baron liegt am Boden. Ich geb' ihm den Rest, hoffentlich. So, jetzt auf die Baronin. Aber das kann ja der Endkampf nicht sein, was wir grad machen. Das ist ja leichter als der Raum gerade. Wahrscheinlich nur das Vorgeplänkel, bis hier der echte Boss kommt. Kommt wahrscheinlich der Graf, und dann kommt der Zar nachher, und, äh... Und so, die Halluzinationen lassen wir jetzt mal, und wenden uns Oratus zu. Also, ich denke, wir passen auf, dass wir nicht sterben. Interessant ist, dass die Kamera grad so weit rausgesumt ist. Ist das bei euch auch der Fall? Ja. Jetzt müsst ihr auch irgendwas zu sagen haben. Weißt du viel, wie guckt euch das noch einmal? Es könnte das letzte Mal sein. Das sind auf keinen Fall sind das hier die Endgegner. Nur zum Warm-Spiel. So. Das ist Scarlet. Ui! Ja, die hat auch keiner kaputtgekriegt. Da werden wir uns auch die Zähne dran ausbeißen. Aber... Aber irgendwie muss das ja auch gehen. Okay, mit Fünfergruppen. Aber größere Gruppen kann man ja nicht machen, ne? Ne. Ne Ewigkeit. Aber mein Favorit bisher war das Jubiläum der Königin. Ach, Seufz. Mir fehlt der charmante Fürstfahren. Mit dem schicken Höschen. Ich sollte euch übrigens sagen, das war's hier. Das Ganze hätte nicht besser laufen können. Nein, im Ernst. Nicht traurig sein. Ihr seht mich wieder. Nur, dass ich euch zuerst sehe. Aha. Können wir ihr jetzt einen aufs Maul hauen? Neid Oratus. Erwarten ihre Gottheit. Ich habe mich extra für die Gelegenheit herausgeputzt. Was ist jetzt los? Was macht sie? Sie verschwindet in ein Portal. Ah, und... Dafür kommt jetzt dieses... Ah, jetzt ist unser Endgegner eingetroffen übrigens. Ach du, Jemini. Entwickelt sich schnell. Den müssen wir schnell killen. Da steht was von entwickelt sich schnell. Das heißt, der wird wahrscheinlich immer stärker. Der nimmt ja überhaupt keinen Schaden, ey. Der Balken ist immer noch voll. So, mein Pad raus. Ich brauche Damage. Komm, Feuervieh. Ich fürchte mit dem wenigen Schaden, was wir machen. Da ist der Typ in Rente, bevor wir ihn die Sicht haben. Ach, wir haben ihm doch schon einiges an Schaden zugefügt. Alles, was ihr habt, Männer. Alles, was ihr habt. Das heißt, es ist nur, wenn immer noch hier ein paar neue dazukommen von diesen... Ja, die müssen wir jetzt einfach ignorieren, weil für die haben wir keine Zeit. Mit unserem A-E-Schaden, dann nehmen wir sie sowieso nebenbei mit. Kann das sein, dass ich den größten Schaden mache? Das kann gut aus sein, denn ich habe nur grünes Zeug. Der elende Wurm, der wird sicherlich noch stärker werden, wenn wir ihn nicht bald erledigen. Oh, sieben, bei dir alles okay? Du hast da den Fanclub angelacht. Komm mal hier zu uns rüber mit denen, damit die auch unseren A-E-Schaden abkriegen. Oh, so nah. Schönen, na. Oh, jetzt ist er stärker geworden. Ich weiß nicht, was der da gerade macht, aber das ist nicht gut. Ich will schneiden. Kreise, Kreise. Nein, wir spielen nicht. Komm, das schaffen wir. Er geht ja runter. Er geht ja runter. Es dauert halt nur ein bisschen. Okay. Ich darf nicht vergessen, mein Pad gleich neu zu holen, wenn ich wieder bei Feuer bin. So, Pad, komm her. Boah, gibt es hier auch irgendwo keine Kreise? Doch hier in der Mitte, ne? Da ist es relativ kreisfrei. Kreisfreie Zone. Ja. Hoffentlich entwickelt er sich nicht noch weiter. Der ist ja so schon kaum zu ertragen. Das ist mit Elektromotor, ne? Ja, ist doch Hybrid. Da sagst du was. Oh, der Kaschmir ist nicht am Boden, aber da kann ich jetzt auch nichts dran händen. Da ihre Freundin. Lebt sich schon wieder auf. Die kümmern sich gut umeinander. Ja, dann ist doch vernünftig so. Jetzt hat er sich schon wieder... Ist jetzt noch stärker geworden. Ach, ach, der sieht nur so aus. Glaub ich nicht. Aber jetzt stehen ja diese Granaten. Ja, da müssen wir... Och nein, auch das noch. Jetzt geht der Kampf richtig los. Jetzt geht der Kampf richtig los. Ja, toll. Nein, schieb mich nicht da rein. Nein, 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 nein. So, besser. Aber noch geht es gut. Wenn das jetzt nicht noch wesentlich schlimmer wird, dann sollten wir das hinkriegen. Geht's mal zum Start. Oder wenn er sich immer im Dunkeln verstecken würde. Ja. Mit diesen komischen Halluzinationen, was für Effekten man da hat. Oh, komm da raus, brauche ich dich schnell. Du stehst im Kreis. Nein, er viert nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Ach, jetzt wird er noch stärker. Das kann doch wohl nicht... Was hat der denn jetzt für Effekte? Guck dir das an. Das ist doch... Boah. Langsam wird's aber eng. Komm, den letzten Rest, die letzten 15% oder was das ist. Der Bereich ohne Kreise wird auch kleiner. Der wird erschreckend klein. Ja. Und der schubst jetzt auch noch mehr als vorher. Unsere NPC-Freunde sind schon wieder down. Aber ich kann mein Pet neu rufen. Es besteht noch Hoffnung. Brausi, komm da weg. Ja, er hat mich hier... Aber jetzt sind ja nur noch Kreise. Ja. Das kreisfreie Stück ist ja schon mittlerweile gleich null oder so. Aber wir haben ihn auch fast hier. Also jetzt... Jetzt durchbeißen. Dranbleiben. Nein, 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 nein. Boah. So, ein paar Blutungen habe ich für dich noch. Da. Hahaha. Ey, lass das. Dann brenne halt. So, jetzt haben wir ihn fast. Jetzt haben wir ihn fast. Jetzt haben wir ihn fast. Ich kann mir nicht so vorstellen, dass da schon das Ende ist. Meinst du, dass da noch mehr kommt? Boah, das wäre ja furchtbar. Ah, lass das, lass das, lass das. Jawohl. Äh, ich habe einen grünen Schlüssel gekriegt. So schnell habe ich die... Wir haben einen Muschelbeutel gekriegt. Irgendwas müssen wir da oben noch machen. Liefert das Gegengift beim Injektor ab. Ja, jetzt. Was ist das Gegengift? Ja, das ist der Injektor. Ich denke mal, ich habe das Gegengift schon eingesammelt. So, rein damit. Jawohl. Yay. Ich hoffe... Damit haben wir jetzt aber nicht genau den Plan der Oberbösen erfüllt. Kann ich mir jetzt einen aussuchen. Warte mal, wovon fehlen mir denn am meisten? Von den rosanen brauche ich noch einen. Ja, wunderbar. Hui. Alles nehmen. Ich brauche einen rosanen und einen grünen. Ja, das klappt nicht. Gib nur einen. Ich habe jetzt alle drei Schlüssel. Dann muss ich jetzt nochmal zurück zu diesem... Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir... Da kommen wir ja gleich wieder raus. Ja, hoffentlich kommen wir da oben raus und nicht wieder unten. Ich habe da so meine Befürchtung. Ich gehe mal einfach gucken. Brauchst du jetzt nur... Na ja, das war... Ich gehe mal einfach gucken. Sag doch einfach ja. Ja, 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 ja. Wir stehen oben. Wir stehen oben. Ja, bitte. Also in Richtung Turm der Alträume verlassen. Mal gucken, ob man die Tue nochmal aufmachen kann. Ja. Ach, Moment. Ich muss erstmal nochmal einen Doppelklick drauf machen. So, jetzt habe ich wieder einen. Ich kann sogar zwei machen. Ich weiß nicht, ob das dreist ist, wenn ich jetzt quasi zweimal hintereinander... Und jetzt kann ich noch einen dritten machen, quasi. Ah ja, dann... Doch, das geht. Muss man nur zehn Sekunden warten. Also gelohnt hat sich das. Ich konnte nur zweimal. Ja, insgesamt konnte ich jetzt dreimal. Ich nur zweimal, weil mir fehlt ein Schlüssel. Jetzt habe ich... Mir fehlt noch ein... Ja, aber du warst auch schon mal hier. Ich war jetzt das erste Mal. So, jetzt... Jetzt aber die Brille. Ja, ja. Aber da müssen wir erstmal gucken, wo wir hier denn auch abspringen können. Ich bin ja schon einmal runtergesprungen und bin da auf irgendeinen Knüppel. Ja, da musst du dann wahrscheinlich gucken, wo man hinfällt. Da einen diesen Knüppel sehe ich ja schon. Der ist ja quasi direkt in Fallrichtung. Also an dem muss man... An dem muss man vorbei. Ich weiß nur nicht, unten ist sicherlich irgendwo Wasser. So, ich probiere das jetzt einfach mal aus, Freunde. So. Und... Du springst jetzt genau über die Ecke raus. Genau. Und dann gucke ich nach unten. Im Fallen kann ich ja noch mich bewegen. Und dann weiche ich dem ein bisschen aus und hoffe... So, und los geht's. Dass ich jetzt quasi... So. So. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich hoffe, das ist Wasser, wo ich da drauf zufliege. Ich hoffe, es sieht aus wie Wasser. Ja! Geschafft! Ihr müsst einfach nach unten gucken und den Ästen ausweichen. Das ist einfach ein bisschen vom Stamm weg. Das passt schon. Da kommt Haslo. Ja, weiter weg, weiter weg. Genau, genau, genau. Super. So. Und Brausi. Da kommt Brausi. Genau. Genau. Ein bisschen noch vom Stamm weg. Weiter vom Stamm weg. Nach außen hin, nach außen hin. Brausi, nach außen, nach außen, nach außen. Boah. Haarscharf. Glück und Verstandswahn sein. Voll geil. Wow. Und jetzt hängen wir hier eine... Ach, das ist sicher das Scheißloch, wo man reingefallen wäre oder hinkommt, wenn man diese eine Treppe da runter geht. Ja, ich porte mich jetzt einfach hier an den Anfang von dem Ganzen. Bevor ich mich mit irgendwelchen Gierchenern anlege. Achso, wo wir da einfach versuchsweise hingegangen sind. Ja. Haben wir kurz Zeit? So. Ihr könnt euch jetzt auch hierher teleportieren oder... Wo bist du? Ganz am Eingang? Ganz am Eingang. Also ich glaube, das ist ja die einzige Wegmarke, wo man hinporten kann hier. Ja, 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 ja. Ich bin hier die Rampe jetzt wieder hochgelaufen. Ich bin quasi dann da auf der... Wo wir das erste Mal in den Innentor bekommen sind. Aber ich komme jetzt auch dahin. Ja, ihr dürft halt nur nicht im Kampf sein, ne? Deswegen bin ich ja auch gleich geportet und gar nicht erst irgendwo losgeschwommen. Gut, Brause Bucky ist da. Haslo müsste sich eigentlich jetzt auch porten können. Genau das gesagt. Das war aber ein ganz interessanter... Ja, das war ein super Abenteuer. Wir stehen hier, Haslo, ne? Ja gut. Egal. Ich sollte nur mal hier ein bisschen was loswerden. Ja, ich muss gleich auch noch ein bisschen in Ruhe, aber das mache ich offscreen. Das Gepäck ein bisschen leer und so. Also, dann, äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, dann machen wir wieder Storyquest weiter. Denke ich mal. Mal sehen, was uns da so erwartet. Ja, und, äh... Ja. Bis dahin. Macht's gut und tschüss. Und tschüss. Tschüss, Daniel. Tschüss, Daniel. Tschüss, Daniel. Tschüss, Daniel. Tschüss, Daniel. Vielen Dank.